Hallo Moin Moin und guten Tag. Heute bin ich in Hatmersleben in der Nähe von Magdeburg und möchte euch die Firma Fishing Tackle Max vorstellen. Ich werde sehr häufig gefragt, wie die verschiedenen Firmen Fishing Tackle Max, FTM oder auch TFT oder auch Tubertini zusammenhängen. Fishing Tackle Max ist Großhändler und auch Hersteller von verschiedenen Sachen und wir importieren Routen, Rollen und andere Gegenstände, andere Angelgeräte von Tubertini und wir sind der Ansprechpartner für alle Händler in Deutschland. Das heißt jeder Händler kann bei uns Tubertini bestellen, kann bei uns TFT Sachen bestellen oder auch unser eigenes Futter von FTM bestellen. Außerdem sind wir Importeur von Lebenködern, das heißt wir importieren Maden, Bienenmaden, Tauwürmer, zum Beispiel kardanisch Tauwürmer, Bienenmaden aus Italien und verteilen auch diese Lebenköder mit unseren eigenen Kühl-Lkws an die Händler in Deutschland. TFT wiederum ist eine eigenständige Firma und wir vertreiben die Artikel von TFT. Das heißt auch jeder Händler kann bei uns TFT Artikel bestellen, zum Beispiel Routen oder Bombarden oder etwas ähnliches. Ja und jetzt möchte ich mit euch mal durch die einzelnen Abteilungen durchgehen. Hier sind wir jetzt in der wichtigsten Abteilung. Die Mädels machen die Auftragsannahme und da können die Händler dann eben bestellen. Hallöchen! Hier sitze ich jetzt im gemütlichen Anmeldebereich von Fishing Tackle Max, wenn man also einen Termin hat. Hier kann man eben mal einen Kaffee trinken und kann eben darauf warten. Hier stehen wir gerade an einem Teil des Lagers, wo die FDM Schautsachen drin sind, wie hier zum Beispiel die Dancer Bombarden. Eine unserer Spezialitäten ist das Hersteller von Futter. Zusammen mit Spezialisten wie Günter Rohrler, Matthias Weigand, Johannes Böhm und weiteren Leuten haben wir eine große Anzahl von verschiedenen Füttern fürs Fiederangeln und für Stippen entwickelt. Die Mädel werden bei uns im Hause selber gemahlen und gemischt und auch abgefüllt. Dadurch, dass wir solche Sachen nicht aus der Hand geben, sondern selber im eigenen Haus machen, haben wir einfach einen sehr, sehr hohen Standard und können eine gleichbleibende Qualität über Jahre halten. Jetzt im Winter ist hier in der Versandabteilung relativ wenig los, aber im Frühling und im Sommer steppt hier der Bär. Was unterscheidet Fishing Tackle Max von anderen Firmen? Wir sind alles Angler. Unser Vertriebsleiter hat bei den Weltmeisterschaften im Forellenangel mitgefischt. Unser Lagerleiter ist in der Nationalmannschaft und wir haben eine Vielzahl von Teamanglern. Bei uns geht kein Produkt raus, bevor es nicht gründlich von allen getestet worden ist. Einen großen Teil unseres Handels nehmen die Lebenköder ein, die wir mit unserer eigenen Kühlwagenflotte an die Händler ausliefern. Allerdings produzieren wir nicht selbst, sondern importieren die Köder von unseren langjährigen Vertragspartnern im Ausland. Und hier geht es jetzt in unsere Grafikabteilung. Der Chef von Fishing Tackle Max, Dieter Schmiedicke und die Vertriebsleitung standen während der Aufnahmen leider nicht zur Verfügung, da sie sich bei Tubertini in Italien befanden. Hier stehen wir nochmal vor einem kleinen Teil des Lagers mit den Tubertini-Haken. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wer Fishing Tackle Max überhaupt ist, was das für eine Firma ist und dass man hier auch nicht einfach bestellen kann, sondern wirklich die Bestellungen laufen alle über Händler. Wir beliefern wirklich die Händler in Deutschland. Ich hoffe, es hat euch gefallen und am nächsten Donnerstag gibt es auf jeden Fall auch wieder Fische. Bis dahin wünsche ich euch jede Menge dicke Fische und viel Spaß beim Angeln. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!